Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hallo auch liebe Odyssee-Gemeinde, herzlich willkommen hier zum Wochenstart und herzlich willkommen auch in einer neuen Welt. Das kann man ja jetzt so sagen, nach diesem doch überaus ereignisreichen, ja wirklich historischen Wochenende. Beginnen möchte ich an dieser Stelle mit den Terroranschlägen in Moskau. Sie werden es mitgekriegt haben, rund 140 Menschen wurden ermordet und die Täter wurden auch bereits gefasst und dem Haftrichter vorgeführt. Sie haben ja diverse Videos die Runde gemacht, eben von der Verhaftung der Terrorverdächtigen und eben auch davon, wie sie dem Haftrichter bereits vorgeführt worden sind. Und die Frage ist natürlich, wer oder was steckt dahinter und für die deutschen Medien scheint sich hier das Narrativ durchzusetzen, dass hinter diesen Anschlägen wohl der IS, also der Islamische Staat steckt und so heißt es bei Welt. Der Anschlag bei Moskau lässt Putins Lügengebilde einstürzen. Wie viele Diktatoren hat Putin eine unausgesprochene Abmachung mit seinem Volk. Er verspricht Sicherheit und Ordnung, das Volk muss Freiheitseinschränkungen erdulden. Merken Sie sich diesen Satz, der spielt gleich beim nächsten Thema auch nochmal eine entscheidende Rolle. Mit dem Terroranschlag bei Moskau ist allen klar, Putin hat seinen Teil des Deals nicht geliefert. Dass es mutmaßlich den IS-Terroristen am Freitag gelang, mindestens 137 Menschen in einer Konzerthalle bei Moskau zu töten, ist eine Demütigung für den russischen Diktator. 19 lange Stunden brauchte er, bis er sich am Samstagnachmittag vor eine beige Wand setzte, um seinem Volk zu erklären, wie der tödlichste Anschlag seit 20 Jahren geschehen konnte, trotz all der Repressionen, die IS erduldet. Nun, in Russland selbst behauptet man, dass hinter diesen Anschlägen wohl doch eher die Ukraine steckt und die dafür verantwortlich ist. Und als Beleg dafür nimmt man die Fluchtroute der mutmaßlichen Terroristen. Die sollen sich nämlich auf dem Weg in die Ukraine befunden haben und wurden eben auch in der Nähe der ukrainischen Grenze, wo sich wohl ein Fenster befunden haben muss, verhaftet. So und andere Stimmen wiederum glauben, dass hier ganz eventuell der Westen seine Finger mit im Spiel hat und diejenigen, die das behaupten, die verweisen auf eine Meldung, die beispielsweise am 9. März bei NTV erschienen ist. Dernach zufolge die USA ihre Mitbürger davor gewarnt haben, dass es in Russland oder auch in Moskau zu wohl sehr massiven Terroranschlägen kommen könnte und zwar in den nächsten Wochen schon. Ja und zu guter Letzt gibt es dann auch noch die Stimmen, die hier davon ausgehen, dass Putin selbst diese Terroranschläge initiiert hat. Also dass es sich bei diesen Terroranschlägen tatsächlich um eine sogenannte False Flag Aktion handelt. Und Putin könnte dadurch natürlich gewisse Rechtfertigungsgründe geliefert bekommen, jetzt in irgendeiner Art und Weise zu agieren. Also vorzugehen, in welche Richtung auch immer, das wird sich dann zeigen. Also man munkelt hier von der sogenannten Generalmobilmachung, die dann aus diesem, ich sag mal, schwelenden Konflikt zwischen Russland und dem Westen einen heißen Konflikt machen könnte. So und ich für meinen Teil, ich bin mir wirklich überhaupt nicht sicher, wie sich das alles entwickelt. Was sich denn jetzt als die wahrscheinlichste Möglichkeit entpuppen wird. Und wir werden die Situation beobachten müssen. Wir werden schauen müssen, auf welche Reaktionen erfolgen werden, eben von den unterschiedlichen Protagonisten, eben von Putin, vom Westen, eventuell auch von der Ukraine, eventuell auch vom IS. Warten wir einfach mal ab. Also noch ist die ganze Sache ja noch relativ aktuell, relativ frisch. Und der Staub, der wird sich erst einmal legen müssen. Und ich denke, wir werden wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich am Donnerstag beim Dachtekenduett etwas ausführlicher über das Thema reden. Und vielleicht haben wir dann auch hier und da schon mal eine etwas gefestigtere Meinung. Warten wir einfach mal ab und schalten Sie auf jeden Fall Donnerstag schon wieder ein. Ja, fahren wir doch fort mit den Entwicklungen hier in Deutschland. Die sind ja auch recht spannend. Und fahren wir fort mit Ulrich Steinbach. Ja, wer ist Ulrich Steinbach? Ulrich Steinbach, das erfahren wir bei Wikipedia, ist am 24. Juni 1968 in Stuttgart geboren. Ist ein deutscher Politiker von Bündnis 90 Die Grünen und Landesbeamter in Baden-Württemberg, zuvor in Rheinland-Pfalz und Hessen. Ja, und was hat es jetzt mit diesem Ulrich Steinbach so auf sich? Nun, Ulrich Steinbach hat einen Post abgesetzt und zwar bei Ex, vormals Twitter. Und dieser Post, der macht jetzt gerade die Runde, geht also schön viral und ich möchte ihn an dieser Stelle einfach mal wörtlich zitieren, diesen Ulrich Steinbach, beziehungsweise den Post. Hallo, at ZDF, haltet ihr es journalistisch für vertretbar, solchen niveaulosen Querdenkermüll als Beitrag zu verbreiten? Das hat er halt gestern von sich gegeben, gestern Nacht, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, in aller Herrgottsfrühe, wenn ich das richtig sehe. Was ist gemeint? Nun, das ZDF berichtete, und zwar Samstagabend, so gegen 22 Uhr, Veröffentlichung eingeklagt. Die brisanten Corona-Protokolle des RKI. Es sind mehr als tausend Seiten, die nach einer langwierigen Klage des Online-Magazins Multipolar jetzt öffentlich sind. Interne und brisante Besprechungen des Corona-Krisenstabs, meist geleitet vom damaligen Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, kurz RKI, Lothar Wieler und dessen Stellvertreter Lars Schade, der heute der Chef der Behörde ist, in dem Bundesgesundheitsministerium direkt unterstellt ist. Die Protokolle, Tagesordnungen und Teilnehmerlisten wurden kurz vor dem vierten Jahrestag des ersten Lockdowns veröffentlicht. Ja, wir alle haben dieses Datum noch sehr, sehr gut, beziehungsweise diese Tage noch sehr, sehr gut in Erinnerung, nehme ich mal an. Der am 22. März 2020 verhängte Lockdown führte zu nie dagewesenen Grundrechtseinschränkungen. Erinnern Sie sich an die Passage aus dem Weltbeitrag, an die Sie sich erinnern sollten? Tun Sie das bitte jetzt! Kitas und Schulen wurden geschlossen. Es galten Besuchsverbote für Altenheime und generelle Ausgangsbeschränkungen. Das öffentliche Leben kam zum Stillstand. Was aber passierte hinter den Kulissen? Die Protokolle bieten trotz zahlreicher Schwärzungen, die das RKI vor Herausgabe der Dokumente durchführte, tiefe Einblicke. Ja, die Einblicke kurz zusammengefasst. Also ob es sich bei dieser sogenannten Hochskalierung der Risikoeinschätzung für die Gesundheit von mäßig auf hoch durch das RKI, und zwar am 17. März 2020, ob es dabei sich um eine, wie soll ich sagen, fachliche Einschätzung des RKI selbst gehandelt hat oder um eine Entscheidung, die aufgrund politischen Druckes zustande gekommen ist, ist fraglich. Zumal die Person, die das okay hätte geben müssen für diese, naja, Hochskalierung, in diesen Dokumenten geschwärzt ist, also nicht genannt wird. Des Weiteren, die FFP2-Maskenpflicht, das war den Leuten damals schon bekannt, bot keinen Mehrwert, wurde aber trotzdem durchgesetzt. So, und über den Einsatz des Impfstoffes von AstraZeneca sollte wohl noch diskutiert werden. So, das ist dann allerdings nicht erfolgt. Stattdessen erfolgte dann zwei Monate später die Empfehlung der STIKO, also der ständigen Impfkommission, dieses Präparat allen Altersgruppen zu verabreichen. Also, wie gesagt, die STIKO hat ja eine Impfempfehlung ausgesprochen. So, und die 3G-Regeln ließen sich weder fachlich noch ethisch irgendwie begründen. Ja, das sind ja schon mal einige Klöpse, mit denen die Bevölkerung, naja, die die Bevölkerung jetzt zu verdauen hat. Und noch ein bisschen deutlicher wird hier die Berliner Zeitung, und ich empfehle Ihnen, diesen Artikel dringend zu lesen. Corona, die RKI-Protokolle und die Arroganz des Lothar Wieler. Der frühere RKI-Chef gibt der Tagesschau ein schlimmes Interview zu Corona. Ist das die Flucht nach vorne, weil nun neue Fakten ans Licht kommen? Eine Analyse. Lothar Wieler, früherer Chef des Robert-Koch-Instituts RKI, wurde von der Tagesschau zum Jahrestag des Corona-Lockdowns interviewt. Das Gespräch ist, man kann es nicht anders sagen, an Ignoranz und Selbstgerechtigkeit nicht zu überbieten. Die Tagesschau, die sich in ihrer Berichterstattung während der Pandemie selbst immer wieder kritiklos in den Dienst der Regierung stellte, fragt Wieler, wir haben eine starke Polarisierung der Gesellschaft in der Pandemie erlebt. Gruppen, die nicht faktenbasiert Impfungen infrage gestellt haben oder andere Corona-Maßnahmen. Hätten sie sich das vorher so drastisch vorgestellt, wie gesagt, fragt die Tagesschau, soll heißen, die einzige Kritik an den Impfungen kam demnach von Gruppen, die dumm und bösartig waren, weil sie die angeblich über jeden Zweifel erhabenen Impfungen nicht faktenbasiert infrage gestellt haben. Die Tagesschau fragt so arglos, obwohl mittlerweile bekannt ist, dass die Bundesregierung nicht faktenbasiert die Leute gegängelt hat. So räumte einer der Autoren des berüchtigten Angstpapiers, Heinz Bude, neulich auf einer Podiumsdiskussion in Graz ein, dass man Dinge schlicht erfunden habe, um die Bevölkerung zu steuern. Ich weiß nicht, dieses Video bzw. dieser Ausschnitt von diesem Beitrag des Herrn Bude macht tatsächlich bei Telegram die Runde. Das sind, glaube ich, so zwei Minuten, knapp zwei Minuten, in denen er genau das von sich gibt, in denen er beispielsweise beschreibt, dass diese Idee, flatten the curve, das haben die sich irgendwo aus irgendeinem Beitrag herausgelesen, die haben überhaupt gar nicht gewusst, also dahinter steckte überhaupt gar keine, naja, kein wissenschaftlicher Gedanke, gar nichts. Das war halt einfach nur ein Begriff, den man den Leuten um die Ohren gehauen hat. So und ich kann es an dieser Stelle immer und immer wieder betonen, glücklich, wer sich dieser Tage zum Teamkontrollgruppe zählen darf. Und meine Damen und Herren, diese RKI-Files, die sind ja jetzt ebenfalls noch sehr, sehr frisch. Also es sind jetzt erstmals, glaube ich, seit vier Jahren, weite Teile der Bevölkerung mit dem Wissen konfrontiert, dass diese sogenannten Querschwurblerdenker und, weiß ich nicht, wie man sie nennt, ja, also dieses Wissen, dass diese Querdenker schon längst hatten, das haben nun auch weite Teile der Bevölkerung. Und diese Leute werden diese Fakten, die die Querdenker immer schon von sich gegeben haben, nun auch erst einmal verdauen müssen und in ihr Weltbild integrieren müssen. So und da möchte ich mal an dieser Stelle die Frage in den Raum werfen. Die kann ich jetzt gerade auch nicht beantworten, das kann von Ihnen wahrscheinlich auch keiner. Aber was passiert wohl, wenn unsere Mitmenschen, weite Teile der Bevölkerung eben diese RKI-Files so ganz allmählich in einen Sinnzusammenhang bzw. in einen Kontext mit den folgenden Meldungen setzen werden, die ich jetzt mal kurz hier nur anzitieren möchte? Da berichtet unter anderem RTL. Box-Weltmeisterin stirbt mit 43 Jahren. Regina Heilmich ist vom Tod ihrer Freundin Alesia Graf geschockt. Diese Nachricht macht fassungslos. Schock für die Box-Sportwelt. Die frühere vierfache Weltmeisterin Alesia Graf ist im Alter von nur 43 Jahren plötzlich und völlig unerwartet gestorben. Die Hintergründe zum tragischen Tod sind noch völlig unklar. Doch die Trauer ist echt. T-Online berichtet. Onlyfans-Modell Elena Larea stirbt mit 30 Jahren. Auf der Instagram-Seite von Quakolandia, einem Tierheim für Pferde, welches von Elena Larea gegründet wurde, wurde die traurige Nachricht bestätigt. Demnach sei das Onlyfans-Modell am Dienstag an einer Lungenthrombose verstorben. Diese habe dann zu einem Gerinnsel in der Lunge geführt. Nochmal T-Online. Sie wurde kleiner Fisch genannt. Paralympic-Star Neves mit 37 Jahren gestorben. Die paralympische Schwimmerin Joana Neves begeisterte mit ihrer Art die Fans. Nun ist sie plötzlich gestorben. Neves soll laut ihrem Verein Sadef R.N. in den frühen Morgenstunden des 18. März in einem Krankenhaus in Sao Paulo an einem Herzstillstand gestorben sein. Bild berichtet. Ex-Nürnberg-Profi, 44, gestorben. Sein Tod kam viel zu früh. Ersin Martin, Ex-Profi des 1. FC Nürnberg und türkischer Nationalspieler, starb am Dienstagabend im Alter von nur 44 Jahren. Das berichten türkische Medien. Er starb an den Folgen eines Herzinfarkts. Ja, und an dieser Stelle vielleicht nochmal eine weitere, eine letzte Meldung, die, ich glaube, auch sehr, sehr gut in diesen Zusammenhang hier passt. Und zwar berichtet der MDR. Geburtenrate erreicht neuen Tiefstand seit 2009. Innerhalb der vergangenen beiden Jahre ist die Geburtenrate in Deutschland ungewöhnlich deutlich zurückgegangen. Sie fiel von 1,57 Kindern pro Frau im Jahr 2021 auf rund 1,36 im Herbst 2023. Damit war das Niveau so niedrig wie seit 2009 nicht mehr. So, und dann wird erklärt, Krisen wie die Corona-Pandemie, Kriege und Inflation spielen tragende Rolle. So, und um nochmal auf meine vorhin gestellte Frage einzugehen. Also, wann werden die Menschen anfangen, diese vorangegangenen Meldungen mit den sogenannten RKI-Files in einen Sinnzusammenhang bzw. in einen Kontext zu bringen? Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Möglicherweise passiert es nicht heute und nicht morgen, aber vielleicht schon nächste Woche oder nächsten Monat. Nun, die Frage allerdings ist, was passiert dann, wenn denn nun weite Teile der Bevölkerung diesen Sinnzusammenhang herstellen werden? Nun, ich will es mal so formulieren. Also, der Fall der Berliner Mauer, der wird im Vergleich dazu, was uns dann hier an politischen Umbrüchen erwarten wird, und vermutlich als vernachlässigbare Randnotiz in den Geschichtsbüchern erscheinen. Ja, also bleiben wir einfach weiterhin gespannt und tragen vielleicht auch hier und da dazu bei, dass eben genau dieser Sinnzusammenhang, der Kontext bei unseren Mitmenschen hergestellt werden wird. Bleiben wir gespannt und kommen zum nächsten Thema. Die BILD berichtet auch sehr ulkig. 35 Staaten für mehr Atomkraft. Dieser Atomgipfel blamiert Deutschland. Fast alle großen Staaten waren gekommen, aber Deutschland fehlte. Der internationale Atomgipfel in Brüssel war eine derbe Klatsche für die deutsche Energiepolitik. Ein einziges Foto machte die Blamage perfekt. Die Staatschef und Vertreter stellten sich vor dem weltberühmten Atomium auf. Belgien-Premier und Gastgeber Alexander de Croix lobte das Familienfoto anschließend als starkes Symbol. Das gemeinsame Foto von 35 Staaten zeigt, Deutschland gehört in Energiefragen offenbar nicht zur Familie. Dabei waren stattdessen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Holland-Premier Marc Rutte, Donald Tusk aus Polen und Ungarns Regierungschef Viktor Orban. Außerdem hochrangige Vertreter aus den USA, China, Indien und Japan. Nur nicht Deutschland. Und was sagt Ursula von der Leyen dazu? Die Verlängerung des sicheren Betriebs der heutigen Nuklearflotte ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten, saubere Energie in großem Maßstab zu sichern. Ob Robert Habeck das mitgekriegt hat, ich weiß es nicht. Oder Olaf Scholz, keine Ahnung. Sei es drum. Hier noch eine kurze Meldung, die passt auch dazu und die kommt aus Frankreich. Ganz kurz. Eine Allianz zwischen Framatom und der russischen Rosatom entsteht. Inmitten des Ukraine-Konflikts unterzeichnet Framatom ein Joint Venture mit dem russischen Riesen Rosatom zur Herstellung von Kernbrennstoff in Deutschland. Naja, immerhin nicht so ganz außen vor. Also nochmal hier zum Verständnis. Framatom kommt aus Frankreich. Ja, ist das nicht schön. Hier in Deutschland werden dann so Kernbrennstoffe hergestellt, die andere dann nutzen, um günstig an Energie zu kommen. Ja, wir haben das alle gar nicht nötig. Wir haben Windkraft und Solarenergie. Wer braucht da schon Atomstrom? Da spielt es auch gar keine große Rolle, ob jetzt hier die Energiepreise durch die Decke gehen oder nicht. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen uns damit abfinden, dass der Wohlstand hierzulande nun, naja, schwinden soll. Mal gucken, wie lange unsere Politik diese Erzählung noch wird aufrechterhalten können. Schauen wir mal. Meistens greift ja das eine in das andere und irgendwie ist das schon spannend, diese Zeiten zu beobachten und zu spekulieren, was da so auf uns zukommt. Naja, meine Damen und Herren, wollen wir es dabei für diesen Tag, für diesen heutigen Montag belassen. Ja, jedenfalls erstmal herzlichen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. So, ich freue mich an dieser Stelle über wirklich jedes Like, sogar über jedes Dislike. Ich freue mich über jeden Kommentar und würde mich noch viel, viel mehr darüber freuen, wenn Sie diesen Kanal einfach abonnieren würden. So, und an dieser Stelle sei auch nochmal erwähnt, es gibt viele, viele Leute, die diesen Kanal hier abonniert haben, die sogar die Glocke aktiviert haben und die dennoch nicht darauf aufmerksam gemacht werden, dass Videos erscheinen. Also wenn jetzt, wie gesagt, also dieses Format erscheint praktisch jede Woche Montag, außer es kommt was dazwischen, so wie jetzt zum Beispiel nächste Woche, da wird keine Sendung erscheinen, weil eben Ostern ist. Aber an und für sich erscheint auf diesem Kanal diese Sendung jeden Montag. Also wirklich überaus verlässlich, muss man sagen. So, und es gibt Leute, die wurden über zwei Monate nicht darüber informiert, dass, beziehungsweise von YouTube informiert, obwohl sie diesen Kanal abonniert haben, dass eine neue Sendung erschienen ist. Also, wie gesagt, schalten Sie einfach jeden Montag ein und schauen Sie auf diesem Kanal nach, ob eine neue Sendung erschienen ist oder, viel besser, schauen Sie einfach auf unserer Homepage nach. Eigentümlich frei. Da werden diese Sendungen nämlich immer und immer wieder, naja, verlinkt und zwar auch direkt kurz nach erscheinen. Ja, und damit, ja, wie gesagt, falls Sie uns unterstützen wollen, würden wir uns riesig darüber freuen, wenn Sie, ach, jetzt habe ich keine aktuelle Ausgabe von Eigentümlich frei, hier, das ist jetzt keine aktuelle, aber wir bringen ein Magazin heraus, Eigentümlich frei. Hey, unterstützen Sie uns, kaufen Sie, kaufen Sie eine Einzelausgabe, kaufen Sie oder bestellen Sie ein Schnupper-Abo oder auch direkt ein Jahresabonnement. Wir würden uns riesig darüber freuen. Und ich persönlich würde mich auch riesig darüber freuen, wenn Sie mir dabei helfen würden, der größte Schlagerstar dieses Universums zu werden. Und das können Sie tun, indem Sie dieses Video hier anklicken, Steuern sind Raub oder dieses Video hier, Ich lieb CO2 und teilen Sie diese Videos bitte mit aller Welt. Ja, das war's. Ich hoffe, wir sehen uns Donnerstag wieder, dann auf dem Kanal von dem Dachtheken-Duet. Bis dann, alles Gute und Tschüss.